Der Name lautet, wie der Freundin bezahlt ist, es ist aber nicht Ihr Ticket. Das Problem daran ist, dass wir den Namen aufnehmen. Richtig. Warum trägt man dann deine Freundin deinem Ticket? Wir haben das Ticket jetzt. Die zahlt die Straße dafür, dass sie dir noch von oben holt. Wir haben geladen, dass ihr Freunde nicht seid. Wenn sie es ganz genau sind, ist es wichtig, dass ihr Freund verlandt. Und hier das Geldchen, da sind die Städtwerke aber drauf. Die kochen die Schule. So, wenn du jetzt die sonst verladen oder nach Kette, dann kommt Frau Weihnachten mit einem bisschen Mensch. Der lernt sich alles, der braucht einen Preis. Hallo, hallo. Der braucht einen kleinen Denkzettel. Was anders macht ihr? Wir schüttieren an. Dein Ticket, damit darfst du nur zu fahren. Nicht deine Freundin, nicht deine Mutter, nicht dein Vater, nicht dein aller Wissen. Das ist immer normal. Niemand anders. Doch. Und anders macht ihr es nicht. Verdammt. Das geht das noch mal mit. Die haben gut voll Weihnachten. Ich bin ein bisschen Mensch. Was zum Tucheln aufgehen kann, das ist sehr wahrgenommen. Du willst es in einem Moment. Tolle Freundin, die ist fein aufgereiht, die sind Händchen. Schade, weil du deine Freunde mich jetzt auf den Haus schreißen. Das ist nicht. Das ist die richtige Ratung. Ja, nein, nein. Du bist fertig, auf, war weiter jetzt. Danke. Ja, was weiß ich? Ich bin der, warum ich diese Freundin. Beim nächsten Mal ist es weg. Am Krieg. Ja, lass es doch. Dann kannst du dein Name brauchen. Damit darfst nur du fahren. Wenn du dich noch müde bist, dann gibst du dir das. Ich bitte auch deine Hand, deine Freunde. Und dann kannst du dich da hin. Schreibt mir doch gleich. Schwarzfahrer ever. Och, scheiße. Der Pferd soll jetzt mit dem Eis fahren. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017